Bevor ich die Fado-Sängerin Luzsa de Bandera im Kurzporträt vorstelle, hören Sie eine sehr lebhafte Aufnahme aus einem irischen Fock-Festival 1990 in Boston in den USA. Eine Live-Aufnahme, wie Sie es hören. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020